Eine weitere Neuheit aus dem Bereich Etikettieren und Kennzeichnen präsentiert die Eurebis AG mit dem neuen Primera CX 1200 Rollen Digitaldrucker. Mit dem digitalen Farblaserdrucker von Primera haben die Kunden erstmals die Möglichkeit, hausintern Etikette selber herzustellen. Sie können das in Auflagen von 1'000 Stück, 2'000, 3'000 bis 10'000 oder grossen Mengen machen. Der Vorteil ist, dass die digitalen Etiketten schnell ohne grosse Einrichtungszeit hergestellt werden können. Man kann auch verschiedene Papiere benutzen, man hat vom Stoff über Polyester, Papier, jede Möglichkeit, wo die Etiketten hergestellt werden. Nachträglich kann man die Etiketten im Finisher entgitteren, das ist ein Gerät, das Sie hinten rausgesehen haben, und natürlich eine volle Protektion im Etikettenbereich in-house gewährleistet.